So, meine Themenwochen für die Ferien sind vorbei. Heute gibt es keine Themenbox mehr, sondern einfach nur wieder so eine Inspiration, wenn du ebenfalls schlecht essende Kinder zu Hause hast und ihnen mal etwas anderes zu essen mitgeben möchtest oder du einfach Spaß daran hast, deinen Kids das Essen zu versüßen. Egal aus welchen Gründen du gerade in meinem Video hängen bleibst, eine Wiener in einer Laugenstange und dann auf Spieße drauf. Das schmeckt schon sehr gut und macht optisch auch noch etwas her. Ja, ist eigentlich auch eine tolle Fingerfood-Idee. Im Nachhinein betrachtet hätte ich noch etwas Senf mit dazu geben sollen, aber die Box kam auch so gut an.